Ja, moin, willkommen zu einer weiteren Folge von Meistungsabenteuer in YouTube-Kanal 2021 mit mir, dem Fabian Unterstiefel 6. Beim nächsten Part haben wir sehr gute Diamanten oder so gefunden, oder? Oh, shit. Warte mal, hä? Warte. Heute, beim nächsten Part haben wir richtig viele Sachen mal gefunden, ne? Am nächsten Part in dieser Höhle und wir verlassen diese Höhle mal einmal. Weil wir verlassen endlich mal die wuschgewaschene Höhle. Und, Alter, wo bin ich? Rück. So, hier brauchst du hier, ich möchte ja aus dieser Höhle raus. Und lasst ein Likedown, keine Videos mehr zu verpassen. Es kommen viele Aufbrüche zu. Und let's go mit dem Video. Ups, nein, das wollte ich gerade nicht. Und heute wollen wir mal aus dieser Höhle rausgehen und bla bla bla. Ja, und ja, wir gehen einfach aus der Höhle raus. Und, ja, wie lange das dauert, das sieht man gerade hier. Wir haben hier die Wiesnuss in der Höhle 50. Oh je, ich höre schon wie diese Geräusche mit den Meloniten-Zirken. Ich habe Meloniten-Zirken wieder gehört. Mal was Neuers. Ups, nein, was mache ich denn? Das ist falsch gemacht. Ich habe Meloniten-Zirken. So, jetzt sind wir endlich wieder hoch. Bisschen Nacht wollen wir schon überleben in der Nacht. Ach, da hinten. Das sieht man jetzt da von da aus. Ah, dann gehen wir mal da hin, wo ich dieses Leuchten dahin gemacht habe. Ja, 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 genau. Genau, da wollte ich mal hin. Die Steuern ist ein bisschen verdreht. Egal, aber wie geht es runter? Ja, 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 ja. Ein paar Eisenblöcke nehmen wir mal kurz mit. Ein paar Eisenblöcke nehmen wir mal kurz mit. Hier ist auch noch mal Kohle, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ähm, warum ist die Steuern so komisch? Die Steuern ist manchmal richtig komisch. Wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Hier ist aber nichts mal richtiges. Ja, okay. Hier ist auch nichts. Okay, dann ist hier nichts mal richtiges. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Hier sind es nur ein paar Eisenblöcke. Ein paar Eisenblöcke nehme ich mir gerne mit. Ah, den Untergang möchte ich jetzt nicht kriegen. Ähm, ja, okay. Wo geht es denn sonst noch weiter? Okay, wo ist das hier unten? Als ob da ist noch so ein komischer Lochstelle. Okay, dann ist der Fucker. Dann hat er mal Emmerwood gefunden. Oh, da ist eine Hülle. Die ist gut. Nein, was mache ich denn da sein? Was meine ich denn jetzt? Jetzt muss ich den Ding von da schlagen, aber... Warte, ich gehe mal kurz raus, biegs gleich. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt könnte jetzt wieder alles... Alles wieder sehr genau normal sein. Okay. Okay, ja, geht jetzt wieder alles. Das Wasser... Ah, weil das zwei Wasser ist. Ah, weil das zwei Wasser ist. Oh Mann. Oh boy. Vielleicht finden wir hier die ersten Diamanten. Okay, was können wir dann sonst essen? Ja, wir können ja nächstes nur noch bloß Brote essen. Was ist denn da hinten? Warum ist die Steuern so komisch? Na ja, die müssen wir jetzt kurz anders machen. Die Steuern ist ein bisschen seltsam in dem Spiel. Ich kann zum Beispiel ein bisschen steuern. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Das muss jetzt irgendwie... Warum ist das hier zweimal Wasser? Keine Ahnung. Hier ist Subgasse. Okay, das Wasser geht da ja nicht weg. Ich habe keine Ahnung, wie man das Wasser weg macht. Ich glaube nur, wenn man die ganzen Ställe von dem Ding weg macht. Ich kann mich nicht so gut steuern. Habe ich das Gefühl. Okay, hier ist... Na ja, nichts mal. Hier ist tatsächlich nichts. Dann gehen wir halt wieder hoch. Also... Dann haben wir diese Höhle leider nicht gut gewesen. Die Höhle war leider ein bisschen schlecht. Ja, kann man... Kann man so sagen. Kann man so sagen. Kann man schon sagen, dass das ein bisschen schlecht ist. Ah, die Steuerung. Warte mal. Irgendwas ist mit der Steuerung wieder passiert. Außerdem hier haben wir noch eine Höhle gefunden. Ah, okay. Freut mich nicht zu früh. Na gut. Alter, diese Verbindung... Na, hier ist nichts mal richtiges. Ist euch eingefallen, dass unsere Steuerung wieder ein bisschen verdreht ist? Eigentlich ist es das nicht so verdreht. Na, hier ist nichts mal richtig. Hier ist ja nichts mal. Ich könnte hier bitte mal eine Höhle geben, wo es länger ist, weil die Höhle möchte ich gerne mal unbedingt mal... Ja, okay, hier ist eine Spinne. Okay, hier ist ein Eisenblöcke. Die nehme ich aber gerne mit. Geil. So, gut, dann legen wir mal jetzt los. Hoffentlich finden wir Diamanten. Was ist da unten? Das Wasser. Ja, aber da ist nur Wasser. Ist ja nichts. Es ist immer noch nachts. Ist aber immer noch nachts. Ey, wie immer. Ach, in die Bergen. Wollen wir mal in die Bergen. Hier ist eine Spinne, die nicht mehr rumschwimmt im Wasser. Eine Spinne, die in Wasser rumschwimmt. Wow, er kommt einfach her. Du Kerletur, du Spinnenkerletur. Okay, jetzt mal... Wow, ein paar Fakten. Warum höre ich jetzt so viele Spinnen oder Arscherspinnen? Moment mal, hier war ein Loch. Moment mal, hier war ein Loch. Moment mal. Wir sind in der Höhentour. Also in der Höhensuche. Und an der Höhentour. Diese Höhle muss doch irgendwas Vermögen ein... ...die Höhle soll ein bisschen ein Vermögen sein. Ja, ich höre irgendwie dieses gemische Skelettentypen. Und zwar irgendwo an einer anderen Stelle war es. Das ist ein Zombie einfach. Oh Mann, wo finde ich denn noch eine Höhle? Ich habe keinen Bock. Also ich mag keine Höhle. Ich habe keinen Bock, wieder eine andere Höhle zu finden. Ich will diese Höhle, die wir... Oh Mann, leider nicht. Die Höhle, die kommt ja dann gleich wieder raus. Ey, was soll denn das? Hallo. In dieser Berge gibt es auch keine... Äh, keine... Ähm, jetzt habe ich gerade einen Fakkelplatz. Ja, egal. Mir ist gerade ein bisschen egal. Ja, okay. Fürchte waren wir ja schon mal. Keine Ahnung. Ich will jetzt wissen, wo wir jetzt weiterkommen. Also, ja, dann gehen wir hier diesen Wald einfach... Ah, das kann man diesen Gebiet nicht. Das kann man diesen Gebiet leider nicht. Die Gebiet kennt man leider noch nicht. Wenn wir irgendwann wieder so eine komische Schatzkarte haben, dann werden wir sofort ein Haus bauen. Am nächsten Part. Ich weiß jetzt noch nicht. In diesen Parten sowas. Ja, das ist... Wir haben hier auch... Wir haben jetzt sogar auch Part 21 schon. Also, schon gerade 20, aber bald 21, weil da kommt noch ein Video hoch. Heute ist immer die gleichen Videos. Ich habe gerade gleiche Videos einfach gleich, einfach so gleich hochgeladen. Einfach den 13. Vatertag einfach gleich, einfach in der Nacht. Einfach in den, ja, Vormittag. Hier ist nichts mal. Vormittag und am Nachmittag und am Abend. Baren Videos. Ähm, aua, ja, ja, ja. Wenn die Sterne jetzt verflüht ist, dann warte. Dann hol mir kurz, dann tue ich meinen Minecraft-Neustausch gleich. So, jetzt sind wir wieder hier. So, jetzt sind wir hier. Und die haben da jetzt eine Vöde gefunden. Oh mein Gott. Oh, warte mal. Ich habe eine Vermutung, dass das wieder Sub-Gasse erleitet. Ja, das ist eine Sub-Gasse. Oh Gott, nein. Ich hasse Sub-Gassen. Habt ihr jetzt keine Vermutung über diese ganzen Sub-Gassen hier? Und so weiter und so weiter und so fort. Ähm. Ich habe gerade die Minecraft neu gestartet. Jetzt geht, glaube ich, wieder alles. Ich glaube, wegen die Aufnahme für euch hier. Wegen die Aufnahme. Wo geht es hier hin? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Nein. Diese Höhle ist auch nur ein Mist. Diese Höhle ist auch noch ein Mist. Also diese Höhle mag ich überhaupt nicht. Und gerade ist die Höhle ganz nice. Und jetzt auf einmal nimmer. Ey, so ein Schwachsinn hier. Wo komme ich jetzt wieder raus? Hier komme ich wieder raus. Ah, schade, Marmelade. Diese Höhle ist nur ein Blödsinn. Diese Höhle. Ja, aber kein Wunder. Okay, wir gehen jetzt mal in dieses komische Weißwald. Also diese ganzen Weißwald. Also Weißwald. Und dann versuchen wir irgendwie irgendwo eine Höhle zu finden und Diamanten zu farmen. Also Diamanten zu finden und zu farmen und dann zu holen. Können wir die auch färben? Ja, die kann man sogar auch färben. Das ist ja alles Holz, was man färben kann. Das ist alles Holz, was man färben kann. Also das ist eine komplette neue Gegend. Das ist eine komplette neue Gegend. Oh Mann, ey. Ich habe bei dem Netzbad nur den gleichen Gegend gehabt. Okay. Ach du Scheiße. Warte mal. Oh, ich habe da mal was gelesen, dass man mit diesem Boot einfach mal... Nein, was machst du? Ach nee, hat nicht funktioniert. Dass man mit dem Boot hier keinen Fallschaden nehmen kann. Dass man mit dem Boot keinen Fallschaden nehmen kann. Das ist quasi so eine Ausprobiererei. Zum Beispiel, ähm... Zum Beispiel, ähm... Dieses Boot kann man für ganz gute... ...gute Zwecke benutzen. Oh Mann. Ah, nicht so. Okay, gehen wir mal kurz hoch. Dann sind wir quasi sicher. Okay. Geht man weiter mal, weiter mal. Oh, da sind die Blumen sogar. Okay, hier muss man mal ein Villager. Hier muss man ein Villager-Dorf wiederfinden. Dann können wir wieder so komische, ähm... Äh, ja. Bote kraften und zum Beispiel und so fort und weiter und so fort. Und... Ja. Ich habe jetzt eigentlich gerade Bock darüber. Äh, Schildkröte. Ja, Schildkröte. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte haben wir hier gefunden. in einem Park. Oh Mann. Die sind aber fast... Fast nicht mal überall mehr zu finden. Nur ein paar Stellen. Nein. Hier ist nur ein Loch, aber keine Mehl. So wie so ein Höhlenloch, aber das ist kein... Oh boy. Oh boy. Hier in dem Wald könnte auch was sein. In dem Wald. Böcher! Ups. Uppala. Danke. Ähm. M-m-m-m-m-m-m-m-m. Oh Mann. Ich werde hier überhaupt keine Diamanten mehr finden. Ich laufe wie so ein Verrückter noch übereinander. Aber hier finde ich noch keine Höhle. Ja, nix. Also diese Welt ist schon cool. Aber... Bisschen. Bisschen. Zu wenig. Ja. Zu wenig. Zu wenig. Ah. Diese Höhle ist auch noch Mist. Das ist nur eine kleine Höhle, aber die ist nur ein bisschen... Dumm. Also so dumm ist die Mine. Ah, nicht die Mine. Ach komm, mit der Mine. Dumm mit dieser Mine. Dumm mit dieser Mine. Ah, da wo ich das Licht gemacht habe, da habe ich da geschaut. Aber da ist keine, ähm, verdammte, ähm, Höhle mehr. Hm. Leute, wir haben Pech, in eine Höhle zu gehen. Okay, was ist da hinten wieder wie ein Sch... Das soll wieder so eine Höhle sein. Aber, oh mein Gott, hier sind ein paar Sachen, die nicht platzieren wollten, dass die die platzieren. Nein, jetzt nix mal. Hier muss doch irgendwie so Höhlen geben. Hm, es waren doch hier Barhöhlen immer in den Barhöhlen. Oh Mann. Hier ist nur ein Loch. Hier ist nur ein komisches Loch. Ja, da ist auch wieder so ein blödes kleines Löchlein. Ein, Alter, ein kleines Höhlechen. Aber noch kleiner. Also noch kleiner. Nein. Das ist Wasser. Hallo, es muss hier irgendwie ein... Moment mal. Oh, komm schon. Ja, das könnte... Oh mein Gott, ja, das könnte eine Höhle gut sein. Das könnte eine Höhle gut sein. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Warte. Sehr schön. Ich kann mich nicht bewegen. Manchmal kann ich mich nicht bewegen. Diese Höhle gefällt mir. Hey, da ist ein Sonnenblumen. Das habe ich gar nicht mehr... Das habe ich im Let's Play noch nie im Leben gesehen, dass eine Sonnenblume unter dem Wasser oder also in der Höhle ist. Ach hallo. Kannst du nicht schwimmen. Ja, kannst du nicht. Oh, tschüss. Ich habe da mal von einem YouTuber gesehen, dass man mit diesem Endportal auch so Sachen... Also nur mit Endportal... Warum ist da... Moment mal. Das muss ich mir kurz gucken. Warum ist da ein Block? Hier sind zwei Blöcke. Warum? Die habe ich gar nicht platziert. Nein, diese Versteuerung ist kaputt. Okay, hier geht es ja nicht weiter. Aber warum sind da so zwei Blöcke so normale? Also nicht so... Auf Vorsätzen, das Spiel wollte ich vorsätzen. Aber das Problem ist, hier stimmt irgendwas nicht. Kontrolle auf 66, auf 66, auf 66. Ah, mit diesen Dingen kann man auch was. Ich will eigentlich runter. Ich will runter. Ich will in... Wir sind in der... Was? Wir sind in der Höhe... Wir sind schon in der Höhe. Na, hier ist nachts... Wir sind in der Höhe 15. Wie schnell das geht. Wir sind schon in der ganz Tiefe. Wir sind schon in der Tiefe. Na, hier geht es nicht weiter. Die sind da lang. Da müsste ja so viel Was sein. Ich verstehe das jetzt nicht. Hier muss doch irgendwas unten sein. Hier muss doch irgendwas unten sein. Ich bin doch nicht doof. Ich bin nicht doof. Ich bin nicht doof darüber. Ich bin nicht doof. Hier muss doch irgendwas sein. Aber diese ganzen Fiedensachen müssen weg. Ach, hier geht es dann wieder runter. So, aha. Boah, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Was ist da hinten wieder? Aha. Okay. Ach, hallo. Was machst denn du hier? Du kommst unerwartet her. Du kommst ganz unerwartet. Einfach ohne zu fragen. Ja, ja, ja. Hier sind Fledermäuse. Hier sind Fledermäuse. Boah. Hä, wo waren wir denn noch nicht? Wo waren wir denn noch nicht? Ah, wenn da jetzt Gold oder so ist, dann könnte irgendwas hier sein. Okay. Wir haben schon 64 Stück. Okay, Level. Ui. Level. Level 46. Geil, oder? So. Hier muss doch irgendwas unten sein. Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt haben wir keine Blöcke mehr. Ah. Shit. Das kommt jetzt unerwartet. Nein, jetzt wurde ich gerade... Nein, das war falsch. Wie viel? 40 Stück davon. 40 Stück davon. Ja, kann man schon machen. Wie viel haben wir denn jetzt da noch? Boah, okay. Das reicht jetzt gerade eigentlich. So, jetzt. Let's play hinsetzen. Ähm. Hier muss doch irgendwas sein. Hier muss doch irgendwas sein. Ich bin doch nicht doof. Apropos, hier ist noch was. Eine Stelle, wo man noch nicht geguckt hat. Ah. Ah. Ja, was gefunden. Laber. Das bedeutet, ich muss einen Diamanten stecken. Ja, Wetzton, ja. Wetzton ist aber echt ganz toll. Aber da kriegt man XP. Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Da wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Da wollen wir mal. Oh. Okay, dann geht es tatsächlich noch weiter, geil. Hoffentlich geht die nächste Partysteuerung. Weg damit. Die Wasserfarbe ist wieder anders. Aber ganz wie Gold. Hier muss doch irgendwie Diamanten zu finden sein. Jetzt sind es ein paar unter Wasser oder so. Ein paar unter Wasser. Ganz bestimmt. Und wir sind auch wieder am Ende der Party. Ich schwimme wie so ein Fisch gerade. Also ich schwimme wie so ein Fisch gerade. Der ist auf dem Wasser. Dass so viel besuffen ist. Also das ist ein Spaß. Okay, komm schon. Hier muss doch irgendwie Diamanten zu finden sein. Ich gebe nicht auf. Das Wasser ist überall. Das Wasser ist aber auch schon ganz überall, schon überflutet. Nein. Ich baue mal kurz das Ding da ab. Das auch noch. Mei, ich habe doch... Warte, jetzt habe ich alles eingesammelt. Und weißt du, was ich da noch eingesammelt habe? Ich habe dieses eingesammelt. Das wollte ich gerade nicht... Das wollte ich gerade nicht. Nein, warum geht die Steuerung jetzt nicht? Die Steuerung beim Handy ist ja ein bisschen kaputt gerade. Nein, das Handy jetzt gerade nicht, aber das Minecraft-Spiel. Probleme bei der Steuerung. Oh Mann. Alter. Kopie. 61 war das, gell? 61. 61. Okay, jetzt haben wir wieder, weil wir keine Focke haben. Ja, nur ein paar Sack. 64 Stück davon haben. Das habe ich schon gebraucht. Ist nichts. Versuch mal. Ich verstehe die Steuerung jetzt gerade nicht. Die sind in der Höhe elf, ja? Aber hier ist nichts mal. Die sind jetzt hier aufgeschmissen. Die sind total aufgeschmissen. Man, ich komme da nicht durch. Man, ich komme da nicht durch. Das warst du aber auch schon viel frei. Gibt es denn dann sonst welche Diamanten zu finden? Warte mal kurz. Ah, schau mal. Was brauchen wir? Was brauchen wir wieder? Enderman. Enderman. Oh Gott, woher hast du das Wasser stellen? Ist hier der Block hingesetzt. Ah, ist wieder da. Müsste denn hin? Was ist das? Oh Gott. Was ist das? Gibt es das? Ja, muss es... Alter, wo ist der? Fuck. Fuck, wo ist der? Fuck! Keine Ahnung, wo der ist. Er ist weg. Leute, das war's mit der Folge von Minecraft-Abenteuer. Wenn's nicht gefallen hat, dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Faro Bian, unterstriebe 6. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich bleib da lieber dahin, dann kann der Endermann uns nicht da hinten kriegen. Bis zum nächsten Mal. Euer Faro Bian, unterstriebe 6. Tschüss. Und wir sind bei der Höhentour. Tschüss. Und ich werd die Map auch kopieren. Ich werd die Welt auch kopieren. Tschüss. Und lass dein Eck da. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.